Ich bin für ein Jahr auf Amerika gegangen und einer der ersten Eindrücke, die ich hatte, war ein Deutscher, der zu mir kam und zuerst nicht mal gecheckt hat, dass ich Schweizerin bin. Und dann hat er zu mir gesagt, yeah, you Swiss people, you always sound so shit when you try to speak German. Und dann dreht er sich um und erklärt genau das Gleiche noch einmal seiner Gasteltern, die sich sowieso schon am lachen verheben sind, so im Stil von «I just told her that all Swiss people sound shit when they try to speak other languages». Languages. Languages, yeah.